Was ist das denn, Joll? Test, Test. Wo ist Bobby aber? Jetzt hast du so zwei Päckchen. Und jetzt los geht's. Super machen wir, wa? Ich super plus. Du bist super. Hey, du bist auch super. Hoppla. Einfach, ey. Classiest, fuck. Das Carly ist gerade am Suchen, die Code für das Airbnb. Weiterfahren. Bobby, erklär mal den Leuten ganz kurz, was passiert. Die Airbnb hat los und diesen Fakten gelacht. Probieren wir das zu klären. Und es ist noch eine kleine Challenge. Wir geben jetzt erstmal vier Sterne hoch. Hey, Alex ist da, ey. Meine Lippen sind so trocken, Alter. Wir sind nur am Rauchen die ganze Zeit. Und ein bisschen Kaffee. Kaffee war noch nie mein Shit. Location Scouts. Oh Shit. Oh Shit. Oh Shit. Oh mein Gott, Alter. Der Schnitt ist geil, ne? Ja. Find ich auch. Es ist halt sportlich. Ich fühl mir auf jeden Fall ein Anthrazit auf Beläsch. Bro, wenn ich schon Fotos mache. Ey mein Stuttgart bestes Sport. Wow, wow. Rimi, ich küsse doch dein Herz. Meine Bestellung ist einfach Prognosen, Alter. 102, 106, 720, 730, 706, 401, 904 zweimal, 601 zweimal, 603 und 906 zweimal. Ey, wenn die jetzt nicht offen haben. Ich fühl dir ein Leben. Ich würde auch so diese Airbnb für 2.000 Euro nehmen. Würde dich auch nehmen. Kann ich nochmal Stress machen. Ja, ja. Das könnte uns sein, aber du spielst. Wann rufst du einfach, Karin, Bro? Oh Shit. 18 Grad. Auf zu. Erster Video. In Stuttgart muss ich doch da zeichnen. Wer hat hier Mini Cabanossi genießen, Alter? Da kommt man auf jeden Fall nicht rein. Heute bin ich ready, oder was? Kamera gleich fertig. Jetzt kommt noch mein Sniperlicht dran. Oh Shit. Bist du Realty, oder was? Ja, man. Safety. Es wird eigentlich mehr noch hier. Das ist Grün mitnehmen. War der Frau? Jetzt. Was ja. Bruder? Today I'm doing Whipcreen. Wenn ihr zu weit links seid, seid ihr zu hoch für den Frame. Wenn ihr rechts unten seid, seid ihr perfekt zentral. Lass uns noch einmal machen. Super. Super. Weiter, weiter. Top, 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 top. Fünf Minuten gestanden, direkt ein Ticket bekommen. In Berlin, du stellst dein Auto hin, parkst dann. Hier, eine Stunde, fünf Euro. Juhu. Juhu. Wartet ihr auch morgens immer so auf euren Bus? Es geht Gregor, Alter. Mach wie Alex macht. Ja, genug. Der Chef hat gesagt. Action kurz. Vorsicht sein. Einmal links, einmal rechts. Asit Frank da, pinck Smiley da. Ja, shit. Studium. Weil jetzt ist 15, 15. Die Gesten haben. Auf Bobby's Shirt steht Carmen Van Tosso. Ich hab' ein Taxi, hast du ein Stück gegessen? Ja, Angelo macht jetzt Pizza, Digger, kein Rest. Jetzt hab' Niklas da, Digger. Hast du erkennt Niklas? Oh mein Gott, es tut mir leid. Also, jetzt bessere Qualität. Let's gooo. Es regnet as fuck, Alter. Karl ist am rumrennen überall. Akku wechseln. Von weit weg. Immer am filmen, oder wie? Es ist ein Film. Taxi, Uber. Wo geht's hin? Paradies. Hey, es ist ein Rap. Erstes Don, tschüss. Von Legende Schulze, Goons, Orga Music, Veteran. Kommt heute und Bobby nimmt euch heute mit. Es viel Spaß. Days 2, let's fucking go. Ich hab' Bock. Ah, echt? Ja, wir fangst rein. Haben wir kleine Frühstück? Oh mein Gott. Auf zum nächsten Locationist. Das ist schon fast wie San Francisco. Ich hätte schon hier Bock zu leben, LMSS. Nein, das nicht. Vier Häuser, vier Generationen. Würdest du mich verarschen? Oh mein Gott. Turbine, Turbine. Heute Tag 2 von 3. Vormittags ein bisschen einmal Location checken. Oh, ich bin kaputt von gestern, Alter. Picknick. Oh, jetzt. Turbine, Samstag, 13 Uhr. Entweder du bist auf einer Führung, wie hier rechts. Oder du bist auf einem Frühschutz-Day, wie hier vorne. Oder du zeichst hier hardcore in Rhein. Das ist heiß. Das war's. Ewa. Ich bin totes ready. Ich bin bereit. Heute geht's los. Es geht los? Timo Hildebrandt hat sich über den lustig gemacht, weil der schon wieder eine Haarlücke hat. Und ich so, hey Bruder, wann gehen wir zusammen in Istanbul? Er so, Bruder, ich komm grad aus Istanbul. Also Sarkan war auf jeden Fall schon da. Der hat mir Kontakt gegeben. Also Hannes, Niklas, wir sehen uns. Ich hab keinen Cap und Sonne ist richtig draußen heute. Ganz normaler Schulweg. Hey Bobby, Bobby geh mal bitte hin. Tut mir leid, dass es so spät ist. Oh. Richtig. 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 Ey guck mal, wir stehen wieder im Baibiergarten. Ich mach wedeln oder ich mach fast jeden Tag. Ich nicht. LMSF. Die Kamera mit hochgenommen. Alright, du kriegst noch ne Zerrette oder was? Song ready? Guck mal. Frech gemacht. Was geht auf den Grill ey? Dieser Sound liebe ich. Der ist am Rennen. Oh shit. Oh shit. Ah, ah, ah. Machst du kurz Pisse? Rap? Machst du kurz Pisse oder was? Ich weiß gar nicht. Wir sind durch. Hey, 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 hey. Zweiter Tag. Zweiter Schulweg. Scheiße. Auch zuletzt der Video oder was? Ich lieb's. Das Warten hat ein Ende. Red Sins of Olga Music. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon gesehen. Sopps. Esst eine kleine Sandwich. Was ist denn dieses Sandwich? Smart Mozzarella. Pesto. Oh. Alles gut. Bisschen switchen. Ja. Top. Die Wette gilt. Ich mach aber kein Scheiß. Weil du bist für Scheiß immer gut. Es geht aber um dieses Mann heute. Boah. Jetzt wisst ihr's. Sie haben ja ein Trikot gemacht. Oh, guck mal. Ich mach für euch diese geile, ich weiß nicht auf Deutsch, Turbogon in France. We got a view. Schablone jetzt. Dann werden wir den Titel vom Song. Ich hab ein Bleistift dabei. Aber hey, für Stuttgart. Klipp das shit. Ah shit. Klipp das shit. Klipp nicht, oder? Auf runter. Geil, geil. Alles. Wollen wir weiter machen? Ja. Ich hab ein bisschen Farbe auf Kamera. Wollt ich weiter machen? Ja. Ist das Heron? Der real Heron? Der Grammy-Winner? Ich bin so glücklich. Es ist mein erstes Mal, dass ich hierher gekommen bin. Und jetzt sehe ich meinen Lieblingsartisten. Was ist ein Coincident. Entfernen mit den Titel rumatieren? Ich bin so glücklich und uau. popping-HHHH, blast-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up. als würdet ihr jetzt kommen mit logos und so nach was ich am besten fand wenn ihr am ende ein bisschen tempo gemacht der lispera 20 uhr habt ihr schon zu ich hab nur gerade aufgeteilt ja wir gegen euch und dann müsst ihr einfach gucken wo der nächste krankenhaus ist fleißig direkt mal action das ding wird geil das ding wird sehr geil wir machen auswärtsspiel zum heimspiel man braucht viel support und 15 nur anpfiffen hey super drauf es regnet mal wieder das video wird geil ich darf nicht lachen genau zu diesen zwei mülltonnen harun alles war killer genauso die hände die blicke genauso noch mal ja bestes intro hallo gleich sind wir durch dann fahren wir bobby noch zum bahnhof und dann fahren wir schön am stück durch nach berlin hey wir sind fertig alle das ding soll der regen endlich aufhören ich brauche einen joint jetzt heißt es erstmal socken trocknen ich hoffe siehst du es ist ein rat siehst aus? bye bye salut 50 cent ein game let's go oh sorry baby put the money in 50 cent will er nicht müssen wir 2 euro reinschmeißen will er auch nicht wo sind wir gerade? wir sind endlich in bayern deshalb können wir jetzt endlich kiffen alle ich habe meine F-Weizen nicht fertig gemacht ich habe schon eine neue gut immer dabei bro immer dabei geht's dir gut ja? super genau jetzt aufhören please es wird besser für alle geile Schnitzelsalat besuchen polette wow das ist schon gutes by the way ich bin kein richtiger deutscher ihr wisst es so jetzt sind wir in der second hand shop mit saps atmosphäre war nicht so crazy weckleiten it's the shit wer weiß der weiß heute noch 10 tage noch hier aber hier kein ausgang nur notausgang deswegen hier nicht los dass der eine hier steht dann dran anstatt so ich schick dir so einen link und dann auf 24 Uhr das ding ist durch Allah ey malacatische ey mouah 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 kus kus